Hallo wohlmeinende Männer und Weiber. Ungeheure Vorgänge im YouTube-Land. Mir ist aufgefallen, dass unsere Videos, die wir mögen, alle auf Privat gesetzt wurden. Offensichtlich hat YouTube kein Interesse mehr daran, anderen mitzuteilen, was wir mögen. Das heißt also, jedes Video, das ich hier geliked habe, soll ja auch irgendwo eine Empfehlung sein für andere, sich das anzugucken. Aber das will keiner. Was habe ich gemacht? Ich bin ins Hilfe-Forum von YouTube gegangen und habe gefragt, wie kann ich das wieder zurück machen. Alles freiwillige Helfer, keine YouTube-Mitarbeiter. Die reden überhaupt nicht mit mir. Ich habe das gepostet. Daraufhin habe ich eine Antwort bekommen von jemand, der mich sofort bedroht hat und gemeint hat, wenn ich das veröffentliche in einem Video, seinen Namen oder was er geschrieben hat, dann habe ich mit ernsthaften Konsequenzen zu rechnen. Ich hätte das so hinzunehmen, was YouTube da von mir verlangt und ich könnte die Plattform ja verlassen. Kleine Beleidigung am Rande, mich als Aluhut-Träger zu bezeichnen. Okay, ich schluck das. Aber was steckt dahinter, dass wir nicht mehr teilen können, was wir mögen? Mal drüber nachdenken. Seit 5. Dezember ist es so. Die Funktionen, die das rückgängig machen, wurden einfach gelöscht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Denkt drüber nach. Bis dahin. Bleibt gesund. Bis dahin. Vielen Dank.